Hallo YouTube! Herzlich Willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, heute möchte ich ein weiteres Video machen und zwar gibt es einen neuen Filter in GIMP QT in diesem Plugin. Das findet ihr, wenn ihr zum Beispiel unter Windows GIMP nutzt, dann müsst ihr in euren Browser eingeben. GIMP QT, so wie es hier steht, GIMP QT. EU, GIMP QT. EU, dann kommt ihr dort auf die Seite und dort könnt ihr euch dann das Plugin als extra herunterladen. Ich sage ja immer Superfilter zu diesem Plugin, weil es eine mannigfaltige Möglichkeit bietet, Sachen zu verändern. Und wir sind ja immer in der Bildbearbeitung auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um Fotos zu verändern, zu verbessern, künstlerisch zu gestalten. Das ist ja unser Spaß dabei. Ausschneiden und Hintergründe sozusagen auswechseln ist jetzt nicht, also vergnügungssteuerpflichtig, sondern Spaß macht eigentlich eher eine Retouche, zum Beispiel eines Portraits oder eben Veränderung der Farben oder Sättigung der Farben oder wie auch immer von Landschaftsfotos und so weiter. Ich habe jetzt hier so ein bisschen was geschrieben. GIMP QT Plugin, neuer Filter verfügbar, HSV-Farben einstellen, so heißt er. Und der neue Filter, das findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung des Videos, wenn ihr die aufklappt. Und natürlich einen Link zu dem Foto, damit ihr damit experimentieren könnt oder ihr könnt es natürlich mit jedem x-beliebigen anderen Foto auch machen. Da unten steht dann auch noch so ein bisschen, was dieser HSV-Farbraum ist und das könnt ihr dann hier unten ein bisschen nachlesen. Des Weiteren ist noch ein Link vorhanden zum Twitter-Account von GIMP. Dort findet ihr das ganze Spiel hier auf Englisch und so weiter, könnt ihr das nachschauen. Ich mache mal hier die Ebene weg, habe ja alles jetzt gezeigt, konntet ihr lesen. Jetzt habe ich hier dieses Foto gerichtet, das dupliziere ich einmal und behalte hier die untere Ebene, damit wir das vergleichen können. Jetzt rufen wir über Filter GIMP QT, unseren Superfilter GIMP QT auf und ich bin schon hier bei diesem June HSV Colors. Ja, genau so ist das. Ich setze den mal zurück und ihr seht, wenn wir jetzt hier dieses Foto hineingeladen haben, ist gleich hier bei diesem, muss ich erstmal zeigen, langsam, immer langsam. Also, ich habe hier GIMP QT für GIMP 2.10 unter Linux in meinem Fall 2.9.4 und hier sind diese ganzen Filter für die Leute, die sich damit nicht so gut auskennen bzw. das erste Mal das sehen. Hier sind also diese ganzen Filter, die man nutzen kann oder Plugins, die man nutzen kann in diesem Superfilter. Und hier unten steht Internet, ja und da müsst ihr ein Häkchen rein machen und wenn ihr mit dem Netz verbunden seid natürlich und dann einfach hier auf Filter aktualisieren. Ja, da ist noch ein Shortcut dabei, aber ich mache das einfach und dann kommt hier die Filterdefinitionen wurden aktualisiert. Ich zeige noch, wir haben hier eine Vorschau, natürlich kann man den Haken hier weg machen, aber wenn ich die Vorschau sehen möchte, wie das Foto aussieht, kann ich das auch, wenn ich mit der Maus auf das Foto gehe, mit der rechten Maustaste. Wenn ich die halte, sehe ich das Original, ja, so. Ah, wir haben hier unten noch Einstellungen, die zeige ich noch ganz kurz mal. Ups, was mache ich hier? Achso, ja, ja, genau. Wir haben hier das Interface und so weiter und so fort und haben hier die Möglichkeit Standard oder Dunkel. Dann haben wir die Möglichkeit die Systemsprache einzustellen, die Systemfarbwähler vom System verwenden. Und jetzt kann man das Einstellen wöchentlich, täglich aktualisieren und so weiter oder nie und bestätigen mit OK. Ah, jetzt haben wir hier wieder unser Fenster. So, das ist es also das Wichtigste, was ich erst einmal zeigen wollte. Das heißt, ihr müsst jetzt erst einmal hier unten eure Filter aktualisieren. Dann geht ihr hier auf Colors und sucht euch hier unten Tune HSV oder HSV Colors, ja. So, und wir haben jetzt wie gesagt schon hier eingestellt, muss man mal schauen, ja genau. Also einmal die dunklen Bereiche werden mit Schwarz herausgehoben oder dementsprechend verstärkt. Und zwar und die Helligkeit, also Schatten und Spitzlichter. Wir haben hier einmal einen Zielfarbton, den wir nutzen können. Wir haben die Möglichkeit, diesen Ziel, einer Zielsättigung sozusagen. Und haben hier die Möglichkeit, ja genau, einer Sättigung, genau, Zielsättigung. Und auch hier haben wir dann den Wert, also einen Zielwert, den wir einstellen können. Das geht bei jedem einzelnen Bereich hier. Und dann haben wir hier unten noch Möglichkeiten, Farb zu verändern. Wir haben hier einmal Average, also den Mittelwert, dann Rot, Gelb, Grün, Cyan, Blau, also Teal praktisch, ja. Dann haben wir Blau und Magenta. Und ja, ich möchte mal, also durch die Voreinstellung hier, durch Dark und Light, haben wir jetzt hier schon eine Veränderung dieses Fotos im HSV Farbraum. Wenn ich jetzt hier Dark herausnehme beispielsweise, dann ändert sich das, ja. Dann haben wir hier gar nichts mehr. Also hat sich nichts verändert. Das Light, also hier in den weißen Bereichen scheinbar, hat in dem Fall hier, spielt es keine Rolle. So, jetzt könnt ihr dieses Foto verändern, wie ihr möchtet. Zum Beispiel, wenn ihr hier auf Red klickt, also auf Rot, dann geht wieder so ein, ja, ein Teilabschnitt auf, wie hier genau bei dem Dark schon und bei dem Light. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel eine rote Farbe. Die könnt ihr auch verändern, egal in welches Rot ihr die verändern wollt. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr hier den Schieber nutzen und könnt Rot nehmen, welches ihr wollt oder sonst was, ja. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit zum Beispiel dieser Zielsättigung, wenn ich das jetzt hier nach oben ziehe und dann verändert sich das. Und hier genauso mit dem Wert, mit dem Zielwert, ja. Und ihr seht, so kann man hier wunderbar diese HSV oder diesen HSV Farbraum verbessern, verändern, tunen sozusagen. Ich gehe mal wieder auf Original. Wenn ihr das alles zurücksetzen wollt, geht ihr einfach hier oben auf Reset Parameters oder Parameters to Default Values. Entschuldigung. Okay, also, ihr könnt dann auch mit Blau arbeiten hier beispielsweise. Das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Und dann wird es hier noch so ein bisschen mehr grün und dunkel. Und so könnt ihr dann jeden einzelnen Filter hier hinzunehmen. Ihr könnt den Vorschautyp vorwärts, horizontal beispielsweise, ja. Und dann könnt ihr hier über dieses Ding hier anschauen, wie die einzelnen, den Vergleich sozusagen. Das könnt ihr auch lassen, indem ihr eben Full einstellt hier. Und so könnt ihr wunderbar einzelne Farben bearbeiten oder mehrere Farben hinzuschalten. Und dann werden bestimmte Bereiche eben gesättigt. Oder hier haben wir ja diese Zielwerte. Und dann könnt ihr hier nochmal eine Sättigung vornehmen. Und schauen wir mal, ob sich da ein bisschen was verändert. Ihr habt es gesehen. So sieht es dann aus. Und hier nochmal ein bisschen so nach oben. Vielleicht wird es dann zu viel. Ich kann es nicht sagen. Aber das sieht doch schon alles mal ganz gut aus. Gelb können wir mal versuchen. Hier in dem Bereich. Und dann mache ich auch mal hier die Sättigung nach oben. Schauen wir mal, was das bringt. Bringt nicht so viel in dem Fall. Aber schauen wir mal noch so ein bisschen. Und probieren wir mal grün. So, und dann könnt ihr hier dementsprechend eure Fotos. Ja, ist ein bisschen dunkler geworden hier das Ganze. Oder mehr gesättigt natürlich. Ich nehme das mal raus hier ein bisschen. Damit es ein bisschen nicht zu sehr gesättigt ist. Jawohl. Und hier also den Mittelwert können wir ja auch noch nehmen. Und dann sieht das alles hier dementsprechend aus. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Ihr habt Spaß daran, das mal zu versuchen. Herzlichen Dank fürs Schauen für die neuen Menschen, die ihr hergefunden habt. Gleich kommt der Abspann. Da kommt das Kanal-Symbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und ihr habt alle gesehen, man muss kein Photoshop haben. Oder Geld ausgeben für spezielle Programme. Um sehr gute oder Top-Resultate in der Bildbearbeitung mittlerweile zu erzielen. Sondern es reicht einfach GIMP 2.10 und ein GIMP-Filter beispielsweise hier. Und die Entwicklung geht auch auf GIMP 3.0 hin. Dann wird das Ganze hier auf GTK 3 portiert sein. Und es wird dann irgendwann auch Einstellungsebenen geben bei GIMP 3.2 und so weiter und so fort. Also es ist eine schöne Zukunft für GIMP geplant. Und ja, hier mit diesem Filter einfach toll. Also, Jimmy QT für GIMP 2.10, 2.9.4 habe ich hier. Und Tune HSV Colors. Und ja, herzlichen Dank für's Schauen. Ich mache nochmal vorher, nachher mit der rechten Maustaste. Ja, und herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.